In diesem Video schauen wir uns an, was Ubuntu Pro eigentlich ist, wie wir es aktivieren können und was Ubuntu Pro so Besonderes macht und warum auch du es kostenlos einsetzen kannst. Das alles schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Nun, seit Oktober 2022 hat Ubuntu in der Beta-Phase Ubuntu Pro angekündigt gehabt und hat so gesehen das damalige Ubuntu Advanced, glaube ich hat es geheißen, wo man sich auch registrieren konnte für die Kernel-Live-Patchings, umbenannt in Ubuntu Pro und macht sozusagen jetzt auf eine Enterprise-Schiene, ähnlich wie es bei SUSE und Red Hat auch der Fall ist. Was erwartet uns bei Ubuntu Pro? Nun, wir haben hier dann bis zu 10 Jahre lang Support auf das Ganze. Wir können uns auf das Kernel-Live-Patching verlassen, das heißt wir können Kernel-Updates durchführen, ohne Neustarts zu machen. All das findest du auch in meinem Blog-Beitrag, den ich dazu geschrieben habe, unter renefürst.eu-blog oder als Link unten in der Beschreibung zu diesem Video. Die weiteren Vorteile sind eben auch Expanded Security Maintenance, das heißt auch mittlere Schwachstellen und so weiter werden sofort schnell behoben. Kritische, hochgradische Schwachstellen ebenfalls und die Behebung der Schwachstellen soll wesentlich schneller forciert werden. Kritische Patches werden laut Versprechen von Ubuntu innerhalb von 24 Stunden, also einem Tag, behoben. Unterstützt werden auch derzeit bis zu 2300 Open-Source-Debian-Pakete, die im Ubuntu Main Repository enthalten sind, bis zu 10 Jahre, beziehungsweise seit 10 Jahren. Und unterstützt werden dann auch zukünftig 23.000 Open-Source-Debian-Pakete im Ubuntu Universe Repository für die nächsten 10 Jahre, immer ab dem aktuellen Release-Datum. Dazu gibt es eben bei Ubuntu Pro auch eine weitere von Zertifizierungen, die man einhalten muss, zum Beispiel die NIST und Zertifizierung für FIPS-Kryptomodule und auch die Common Criteria IAL2 ist auch eingehalten worden, dass auch hier können wir Zertifizierungen und Standards aufrechterhalten, wenn wir das brauchen, beziehungsweise irgendwelche Nachweise, dass auch das System wirklich clean ist, hundertprozentig. Dann gibt es auch den sogenannten USG, den Ubuntu Security Guide Hardening, das heißt, wir kriegen von Ubuntu selbst Vorschläge, wie wir unser System noch besser abhärten können und das ist auch kombiniert mit einem sogenannten CIS-Benchmark und der dieser Stick enthalten sind. Hunderte von Konfigurationsempfehlungen, so dass man manuelles Härten und Überprüfen eines Linux-Systems kann eben sehr mühsam sein und der USG, der Ubuntu Security Guide, ist eben ein neues Tool, das eben seit Ubuntu 2004 eingefügt worden ist und die Benutzerfreundlichkeit deines Linux-Härtens und Überprüfens erheblich verbessert und eben das Ganze eben etwas forciert und leichter gestaltet. Das Ganze ist auch hier in meinem Blogbeitrag erklärt, wo wir das im Detail sehen können. Schauen wir uns an, wie wir Ubuntu Pro registrieren können. Die Kosten für Ubuntu Pro sind ab 25 Dollar für den Desktop-Bereich, allerdings im privaten Umfeld können wir bis zu 5 Maschinen kostenlos nutzen und im Server-Bereich, glaube ich, war das jetzt ab 500 Dollar pro Jahr, wohlgemerkt, wo das Ganze lizenziert wird. Und die Aktivierung funktioniert über ubuntu.com slash pro recht einfach. Wenn wir uns da eingeloggt haben, können wir einfach für Your Subscription gehen und dann sehen wir auch schon die Subscriptions, die ich habe. Hier habe ich nur mein Konto erstellt, nichts bezahlt. Hier sehen wir, ich habe 5 Maschinen, Free Personal Token und Created am 7. Februar und die expiren niemals. Wir haben hier 0 aktive Maschinen. Maschinen type physically, auch hier wieder unterschieden. Und dann sehen wir auch hier unten den Token, den ich hier ausgeblendet habe. Und dann ganz unten sehen wir den Befehl, wie wir unser Ubuntu System auf ein Ubuntu Pro System bringen. Einfach mit dem Befehl sudo pro attach und dann den Token eingeben. Allerdings brauchen wir für das Ganze das Ubuntu Advantage Tool in einer aktuelleren Version. Ab der Version 27.13.1 brauchen wir mindestens. Derzeit gibt es 27.13.3. Wie wir das updaten können und installieren können, das schauen wir uns jetzt auch gleich an. Bis zu 5 Rechner ebenfalls hier kostenlos zu installieren. Wechseln wir mal in die Konsole und schauen uns das Ganze im Detail an. Wir können den aktuellen Status abfragen mit sudo pro minus minus Version. Dann sehen wir den aktuellen Versionsstatus. Hier haben wir 27.12 und wir brauchen mindestens 27.13.1, um sudo pro, äh Ubuntu Pro zu aktivieren. Und dann die Versionsnummer des jeweiligen Ubuntu Rechners. Wie können wir das jetzt überprüfen? Wir können sagen, ähm, auch sudo pro, security minus status. Können wir den Status überprüfen unserer aktuellen Maschine. Und hier sehen wir, dieser Maschine ist nicht attached to an Ubuntu Pro Subscription. Und dann sehen wir auch hier, wie lang die Updates verfügbar sind. Und da sehen wir auch hier, eine neue Version ist verfügbar. Und das können wir dann gleich hier nutzen. Please run sudo apt install Ubuntu Advantage Tools. Schauen wir mal, was hier passiert, wenn wir das jetzt hier einfach so machen. Und hier sehen wir, wenn wir das ausführen, wird hier die aktuellste Version heruntergeladen. Probieren wir nochmal die Version aus. Jetzt haben wir 27.3, ganz einfach. Und der Security-Status empfiehlt uns jetzt auch nicht mehr zu upgraden. Und wir sehen auch hier weitere Informationen. Jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus, weil das Tool eben andere Informationen abgreifen kann. Und hier auch der Hinweis, dass freie persönliche Subscription bis zu fünfmal Maschinen hier auf Ubuntu Pro.com aktivierbar ist. Und wenn wir uns das jetzt aktivieren wollen, gehen wir wieder auf die Ubuntu Pro-Webseite und nehmen den Befehl hier unten raus mit den ganzen Token. Wir kopieren uns den einfach in unsere Terminal hinein und attachen das Ganze jetzt. Den Token ist natürlich ausgeblendet, weil das ist mein persönlicher Token und den will ich natürlich nicht öffentlich haben. Und jetzt sehen wir auch hier, wird das Ganze aktiviert. Wir haben jetzt die erweiterten Möglichkeiten des Kern-Live-Patchings, die erweiterten Möglichkeiten auch der Benchmark-Tools, das USGs, Ubuntu Security Hardening-Guides und auch für die Unterstützung der diversen Repository-Pakete. Und hier sehen wir dann auch hier ESM-Apps, Expanded Security Maintenance für Applications und Infrastructure, als auch Canonical Live-Patch-Services hier aktiviert und hier Realtime-Kernel, Entitled-Yes, Status hier disabled. Wir können die einzelnen Services eben auch sagen mit Pro-Enable und dann den jeweiligen Service-Namen. Und wenn wir jetzt die Webseite hier neu laden, müsste dann auch hier stehen, dass wir eine aktive Maschine haben. Das Ganze dauert einen kleinen Augenblick, jetzt sehen wir hier eine aktive Maschine hier vorhanden. Ja, und so können wir Ubuntu Pro aktivieren. Das Tolle daran ist, für jeden, der es hier testweise oder für kleine Server nutzen will, das ist kostenlos. Wir können 10 Jahre dann unseren Server ohne Probleme betreiben, mit Updates wird er versorgt. Und wir haben hier ein gehärtetes System, das wir dann ganz einfach wieder das USG auch abhärten können. Im Allgemeinen ist das zu begrüßen. Die Kosten natürlich für Firmen halten sich auch relevant in Grenzen. Wer 500 Dollar für einen Server jährlich ausgeben kann, hat wahrscheinlich auch keine Probleme, irgendwie an Enterprise-Lizenzen ranzukommen. Ubuntu bietet ja viele Services rund um das Ganze herum. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, ein Schritt in die richtige Richtung, dass wir hier Langzeitsysteme haben, die eben dann auch nicht alle paar Jahre neu geupdatet werden müssen. Das ist immer sehr mühsam, gerade als Systemadministrator in mittelgroßen und größeren Firmen, auch in kleineren Firmen, wo es dann heißt, okay, wir brauchen wieder gute ein, zwei Wochen Arbeitszeit, um das Ganze auf vielleicht ein neues System zu überspielen, das Ganze zu testen und so weiter. Das ist alles massig Geld, was auch für Firmen einen Haufen Geld bedeuten kann. Deshalb sind auch diese Preise so angelegt wahrscheinlich, dass sich das irgendwie relativieren kann und der Aufwand sich damit auch in Grenzen hält, wenn wir so ein System nutzen. Natürlich könnte man auch sagen, man switcht vielleicht auf andere Systeme, die von Haus aus 10 Jahre Support bieten, aber auch die sind meistens nicht kostenlos, eben wie Red Hat, Suse und auch Enterprise-Systeme kosten meistens eben ihr Geld. Und man kann auch auf Alternativen umswitchen wie Rocky, Linux und so weiter, aber das stellt sich nicht für jede Firma heraus. Nichtsdestotrotz, weil auch manche eben diverse Compliance-Richtlinien erfüllen müssen. Ja, mich würde interessieren, was hältst du von Ubuntu Pro? Findest du es ein gelungenes System bzw. was sie hier, in welche Richtung sich das entwickelt? Ich finde es auf jeden Fall, Daumen nach oben, dass es sowas gibt, dass hier auch Private die Möglichkeit haben, 5 PCs, Maschinen, das zu nutzen zu können, zu testen zu können, zu spielen zu können und auch produktiv einsetzen zu können. Und ja, wenn dir das Video soweit gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, einen Kommentar würde mich auch freuen. Und vielleicht sehen wir uns auch in der Discord-Community wieder und willst du eben mehr zu Linux erfahren oder Linux-Enterprise-User werden, dann besuche doch meinen Linux-Enterprise-Kurs. Dort erfährst du alles, wie Linux-Enterprise in der Regel aufgebaut ist, was sich dabei unterscheidet. Und der Linux-Enterprise-Kurs basiert auf der Red Hat-Zertifizierung, der RHTSA-Zertifizierung. Das heißt, auch hier hast du dann die Möglichkeit, eine der Zertifizierungen abzulegen beziehungsweise bereitet dich dieser Kurs ideal auf eine der Zertifizierungen vor. Die Angebote zu den Kursen findest du wie immer unter renefürst.eu beziehungsweise sale.renefürst.eu und wie immer auch in den Beschreibungen direkt verlinkt. Ich freue mich, dich dann im nächsten Video bald wiederzusehen und bis dahin viel Spaß noch auf meinem Kanal und ciao. Und interessiert dich Linux noch viel mehr, dann zeune doch meine Mitglieds-Community auf YouTube. Du hast hier dann die Möglichkeit, als Expertenmitglied über 1500 Videos anzusehen zum Thema Linux, Engine X, Failed-Bahn, Linux-Firewalls, Linux-Enterprise, Linux-Zertifizierungen, Office-Tutorials und noch vieles mehr. Der ganze Katalog, den ich an meine Kursen herstelle, kommt auch immer auf YouTube für meine Mitglieder bereit. Zudem erhalten meine Mitglieder immer so Goodies, wie schon erwähnt, öfters jetzt, die Sticker zum Beispiel, Linux-Sticker, Red Hat-Sticker, die ich direkt aus dem Red Hat-Office ergattern konnte und die mir diese zur Verfügung stellen und ein paar andere Goodies auch immer wieder. Und die lasse ich natürlich an meine Community teilhaben. Würde mich freuen, wenn du dann auch Mitglied wirst und mich dabei unterstützen könntest. Zudem kannst du auch die Discord-Community joinen. Dort finden sich über 100 weitere Linux-interessierte Leute, die mit dir auch gerne über das eine oder andere Thema reden. Jetzt viel Spaß noch auf meinem Kanal, Like nicht vergessen und bis zum nächsten Video. Ciao!